Hallo und herzlich willkommen zur Christ Study Hour hier auf www.joelmedia.de. Ein herzliches willkommen auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries. Zur nächsten Folge unserer Überblicksserie über das gesamte Buch Jesaja. Für alle, die sich vorbereiten wollen auf das Bibelgespräch am 6. Februar 2021. Dort sind ja verschiedene Kapitel thematisiert. Die Kapitel 13 und 14 findet ihr in unserer dritten Folge. Die Kapitel 24 und 25 in der letzten Folge und die Kapitel 26 und 27 werden wir heute hier präsentieren. Ihr könnt euch also damit auch auf das Gespräch vorbereiten. Wie immer haben wir ein Sendemanuskript auch mit weiteren Parallelfersen und ellenweit Zitaten. Heute soll es also hier um Kapitel 26 bis 30 gehen. Und bevor wir dort hineintauchen, diese sehr spannenden Kapitel uns anschauen, wollen wir Gott einladen, unsere Gedanken zu führen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dieses wunderbare Buch Jesaja haben. Es ist wirklich ein echter Schatz. Und wie viele tolle und beeindruckende Verse sind auch in den Kapiteln jetzt enthalten, die wir studieren wollen. Wir möchten dich bitten, dass wir nicht nur von unserem Kopf intellektuell verstehen, was sie bedeuten, sondern vor allem, dass sie unser Herz erreichen und dass das Evangelium, das da drin steckt, als Kraft unsere Herzen verändert. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Kapitel 26, Vers 1. An jenem Tag. Es geht also direkt weiter mit dieser apokalyptischen Endzeitvision, die wir schon in Kapitel 24 und 25 gesehen haben, die auf die Wiederkunft und die letzten Dinge abzielt. An jenem Tag wird dieses Lied im Land Juder gesungen werden. So ein Siegeslied der Erlösten hatten wir schon in Jesaja 12 gesehen. Wir haben eine feste Stadt. Errettung setzte als Mauern und als Schutzwehr. Am Ende, nach den tausend Jahren, werden die Erlösten tatsächlich diese Stadt haben, die auch in der allerletzten Auseinandersetzung ihr Schutz sein wird. Natürlich eigentlich symbolisch für den Schutz, den Gott gibt. Das neue Jerusalem. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, das Treue bewahrt. Wenn die Erlösten nach der Wiederkunft in den Himmel kommen, werden die Tore aufgetan werden und die Gläubigen werden hineinziehen dürfen. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es auf dich vertraut. Hier ist das Geheimnis der Erlösten, die das Evangelium angenommen und verinnerlicht haben. Sie vertrauen auf Gott. Sie glauben auf ihn auf ihn und dadurch, die glauben ihm und dadurch entsteht echter, tiefer Herzensfrieden, so wie Jesus ihn nur gibt, wie er in Johannes 14 und Johannes 16 sagt, durch die Rechtfertigung durch den Glauben erhalten wir diesen Frieden, wie uns Römer 5 Vers 1 sagt und Philippa 4 Vers 7 sagt, dass dieser Friede allen Verstand und unser Denken übersteigt. Vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Gott wünscht sich, dass wir ihm alle Zeit vertrauen, nicht nur dann, wenn es uns gut geht und dann kann er unser Fels sein, ein festes Fundament, auf das wir bauen können, unser Haus, wie es in Matthäus 7 ja von den Gläubigen, die auch gehorsam sind, beschrieben wird. Denn er hat erniedrigt, die Bewohner der Höhe, die hochragende Stadt. Er hat sie niedergeworfen, er hat sie zu Boden gestürzt, hat sie herabgestoßen bis in den Staub. Wir haben schon öfter gesehen, in Jesaja werden im Gericht die Stolzen verworfen. Es gibt hier sozusagen zwei Städte, die eine Stadt der Gläubigen in Vers 1 und dann die hochragende, die apokalyptische Stadt der Gottlosen sozusagen, hier im direkten Kontext verknüpft mit Moab und so ein Gegenüber der beiden Städte finden wir auch in der Offenbarung zwischen Babylon und Neu-Jerusalem. Vers 6, dass sie der Fuß zertrete, die Füße der Elenden, die Tritte der Armen. Die ehemalige Ordnung dreht sich um, die ehemals Armen und Elenden werden jetzt herrschen. Der Pfad des Gerechten ist gerade, geradeaus bahnt du den Weg des Gerechten. Gott selbst hat einen Weg für uns vorgesehen, den er bahnt und erkennt auch diesen Weg. Die Bibel sagt uns, dass die 144.000 dem Lamm nachfolgen, wohin es auch gehen wird. Vers 8, auch auf dem Weg deiner Gerichte her harten wir auf dich. Auf deine Namen und dein Gedenken war das Verlangen der Seele gerichtet. Auch in der Zeit des Gerichtes, also typologisch die Assyrer Invasion und dann endzeitlich seit 1844, haben die Gläubigen sich auf Gott verlassen. Die haben sich wirklich nach Gott gesehnt. Vers 9, meine Seele verlangte nach dir in der Nacht, ja mein Geist in mir suchte dich. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Das ist ein Mensch, der Jesus kennt, der wünscht sich zu jedem Zeitpunkt mit ihm verbunden zu sein. David hat oft über Gott so intensiv nachgedacht, das in seinen Psalmen beschrieben. Und ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir auch diese Erfahrung machen, dass wir Gott so sehr in unserem Herzen haben wollen, dass sogar nachts wir nach ihm verlangen. Wird dem Gottlosen Gnade erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit. In dem Land, wo Ordnung herrscht, handelt er verkehrt und sieht nicht die Majestät des Herrn. Ohne Gerichte würden die Gottlosen die Sünde gar nicht erkennen und die Herrlichkeit Gottes begreifen. Deswegen muss Gott Gericht halten. Herr, deine Hand ist erhoben. Sie wollen es nicht sehen, sie werden es aber sehen und sich schämen müssen. Der Eifer für das Volk, das Zornesfeuer wird deine Feinde verzehren. Der Pfarrer in Ägypten wollte auch das Gericht Gottes nicht wahrhaben. Und hier haben wir eine ganz tiefe Botschaft in dem zweiten Teil des Verses. Es ist das Zornesfeuer Gottes, das die Feinde verzehrt. Dieses Feuer wird auch symbolisch für seine Liebe beschrieben. In Hohelied 8, Vers 6 zum Beispiel. Und dieses Feuer der Liebe Gottes ist eifrig für sein Volk und gegen seine Feinde. Und der größte Feind Gottes ist die Sünde. In seiner Liebe richtet sich seine Liebe auch gegen unsere Sünde. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Was für ein wunderschöner Vers der Gerechtigkeit aus dem Glauben. So wunderbar schreibt er auch später, Paulus in Epheser 2 zum Beispiel, wo wir seine Schöpfung sind, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Gott gibt echten Frieden. Vers 13, O Herr, unser Gott, andere Herren als du herrschen über uns, aber künftig gedenken wir allein an dich, an deinen Namen. Die Erfahrung des Beherrschtwerdens von Heiden zeigt den Erlösten eigentlich, was für ein toller König Gott ist, wie liebevoll und wie vollkommen er ist. Und Gott möchte, dass die Israeliten verstehen, dass sie, dass Gott ein sehr viel besserer König ist, als irgendein Weltkönig es je sein könnte. Vers 14, Tote werden nicht wieder lebendig, Schatten stehen nicht wieder auf, darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet und jede Erinnerung an sie ausgetilgt. Das ist eine allgemeine Beschreibung der Erfahrung, wie sie Menschen haben und dient als Kontrast zu dem, was dann jetzt noch gleich kommen wird. Das ist hier die Beschreibung eigentlich des Zustandes der Toten. Wer tot ist, bleibt auch erst einmal tot. Du hast, oh Volk, du hast, Verzeihung, oh Herr, zum Volk hinzugetan. Du hast das Volk vermehrt, du hast dich herrlich erwiesen, du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Es ist Gott, der sein Volk vermehrt und damit die Verheißung an Abraham erfüllt. Er verherrlicht sein Volk, indem er, es wird selbst verherrlicht, sich herrlich erwiesen, indem er Frucht in seinem Volk entstehen lässt. Schauen wir weiter in Vers 16. Warum kann Gott segnen? Weil Menschen umgekehrt sind zu ihm, weil sie in der Bedrängnis sich zu ihm gewandt haben und entsprechend erfüllt sich die Verheißung aus 5. Mose 4, wo Gott versprochen hat, dass selbst in der Gefangenschaft, in der Trübsalszeit, in der Zeit der Bedrängnis, ist, dass wenn wir uns zu ihm wenden, er sofort für uns da ist. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe ist, sich windet und vor Schmerzen schreit in ihren Wehen, so waren auch wir herr vor deinem Angesicht. Mit anderen Worten, dieses Volk Gottes konnte sich selbst nicht helfen. Sie waren dem anderen Volk, den Assyrer, nicht gewachsen. Der Geburtsschmerz ist so der heftigste Schmerz, den ein Mensch überhaupt kennt. Isaiah identifiziert sich hier wieder mit dem Leid, dass das Volk Israel auch angesichts der assyrischen Invasionen haben wird. Und interessanterweise gebraucht später Hiskia in 2. Könige 19 auch dieses Bild der Schwangerschaft für die Notlage, als dann Sanherib mit der assyrischen Armee vor den Toren Jerusalems steht. Das Volk kann aus eigener Kraft nichts tun und deswegen wenden sie sich dann zu Gott. Und das ist die Einladung, die Jesaja hier schon prophetisch ihnen gibt, dass sie sich in dieser Not zu Gott wenden dürfen. Und dann kommt eine ganz großartige Verheißung in Vers 19, die wieder uns in die Endzeit hineinführt. Aber deine Toten werden leben, auch mein Leichnam. Jesaja, der gesagt hat in Vers 14, die Toten werden nicht wie lebendig, weil das die allgemeine Erfahrung ist und bezüglich des Zustandes der Toten auch erst einmal stimmt. Aber dann wird es einen Zeitpunkt geben, wo die Toten auferstehen durch die Stimme des Herrn. So sagt es ja Jesus selbst. Der Jesaja nimmt Teil an dieser Hoffnung und sagt, auch mein Leichnam, sie werden auferstehen. Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes, denn dein Tau ist dein Morgentau und die Erde wird die Toten wiedergeben. Hier eine der deutlichsten Stellen im Alten Testament, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass Gott die Toten auferwecken wird. Die einen zur Auferstehung des Lebens und die anderen zur Auferstehung des Gerichtes, die wir ja schon in Jesaja 24 angedeutet gesehen haben. Vers 20, so geh nun mein Volk in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Gottes Zorn wird über die Erde kommen und eine kleine Gruppe von Gläubigen wird auch auf der Erde sein. Sie sollen wissen, dass der Zorn nicht sie trifft und dass er bald vorbei sein wird. Gute Geschichten, die das illustrieren, ist die Geschichte von der Arche Noah. Auch sie Noah und seine Familie mussten die Sintflut erleiden, aber Gott hat sie beschützt. Genauso die Menschen zur Zeit des Passa, als der Todesengel durch Ägypten ging, die das Blut des Lammes an den Türpfosten haben. Sie waren sozusagen in ihrer Kammer, hatten sich verborgen und der Zorn ging an ihnen vorbei. Die Bibel sagt in Sprüche 18, Vers 10, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Dieser Vers hat eine große Bedeutung auch für uns in der Endzeit. Wir dürfen uns bei Gott im Allerheiligsten verbergen. Vers 21, denn siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr Erschlagenen nicht länger verbergen. Gott macht sich auf, er wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen, um die Erde zu richten. Das erfüllt sich in der Wiederkunft. Wir haben viele Bibelstellen. Johannes, Judas 14, 15, 2. Thessalonicher 1, Vers 7 bis 10. Das vergossene Blut wird wie bei Abel und kein sichtbar werden und wir in Offenbarung 18, Vers 24 sehen wir die entsprechende endzeitliche Erfüllung. Wir sehen also hier diese Kapitel 24, 25, 26 und jetzt auch 27 sind so etwas wie die Apokalypse des Jesaja. Eine Beschreibung der endzeitlichen Ereignisse. Jesaja 27, Vers 1. An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwer, das ist ein Symbol für das Wort Gottes, den Leviathan heimsuchen. Die flüchtige Schlange, ja den Leviathan, die gewundene Schlange und er wird das ungeheuer töten, das im Meer ist. Leviathan heißt wörtlich der sich windende. Eigentlich eine Bezeichnung für ein Meertier nach Psalm 104 und ein reales Tier, vermutlich ein Dinosaurier, so wenn wir hier 40 und 41 zurate ziehen und auch ein Symbol für den oder Synonym hier für den Drachen aus Offenbarung 12. Gott wird den Satan und alle, die sich mit ihm verbunden haben, richten und töten. Vers 2. An jenem Tag wird man sagen, ein Weinberg von feurigen Weinen besingt ihn. Hier wird ein Lied gesungen über einen anderen Weinberg. In Jesaja 5 hatten wir schon ein Lied über einen Weinberg, der nicht das gebracht hat, was er eigentlich bringen sollte, aber hier ist ein Weinberg, der tatsächlich Wein bringt. Ein Symbol für das Volk Gottes. Hier geht es um die Treuen, die übrigen, die dann in dieser Endzeit den Weinberg Gottes darstellen. Also in Jesaja 5 haben wir gesehen, das Volk Gottes ist größtenteils abgefallen, aber auch am Ende wird es noch einen wahren Weinberg geben. Um ihn kümmert sich Gott. Ich, der Herr, behüte ihn und bewässere ihn zu jeder Zeit. Ich bewache ihn Tag und Nacht, damit sich niemand an ihm vergreift. Gott behütet sein Volk. Er bewässert ist. Er sorgt dafür persönlich, dass sein Volk Frucht bringt, dass jeder einzelne Gläubige die Frucht bringt, die Gott sich wünscht. Wenn wir auf Gott vertrauen, wenn unser festes Herz auf ihn vertraut und Frieden hat in ihm, dann sorgt Gott dafür, dass es uns geistlich gut geht und dass wir wachsen dürfen. Das habe ich in meinem Leben schon oft erlebt und ich denke, ihr sicherlich auch. Und lasst uns deswegen auf Gott vertrauen, auch in einer Zeit, in der so vieles drunter und drüber geht, dass wir wissen dürfen, dass Gott eine Endzeitgemeinde hat, ein Endzeitvolk, um das er sich kümmert. Vers 4. Zorn habe ich keinen, wenn ich aber Dornen und Disteln darin fände, so würde ich im Kampf darauf losgehen und sie allesamt verbrennen. Dornen und Disteln sind ein Symbol für die Sünde. Gott kämpft gegen die Sünde und will sie verbrennen, auch in unserem Leben. Vers 5. Es sei denn, dass man Schutz bei mir suchte, dass man Frieden mit mir machte. Ja, Frieden machte mit mir. In der Endzeit wird man sich entscheiden müssen, ob man auf Gottes Seite steht oder nicht. Wer Frieden mit Gott macht, wer Schutz bei ihm sucht, wer sich in der Kammer bei ihm einschließt, der wird gerettet werden, der wird übrig bleiben. Wer aber sich nicht zu Gott wendet, wer nicht Frieden mit ihm macht, der wird im Kampf untergehen, denn er wird auf der Seite des Feindes stehen, auf der Seite des Leviathan, auf der Seite des Satan. Durch Christus werden wir mit Gott versöhnt und wir haben gesehen, das ist der Glaube, die Rechtfertigung durch den Glauben, die uns diesen Frieden schenkt. Vers 6. In zukünftigen Zeiten. In zukünftigen Zeiten wird Jakob Wurzel schlagen. Israel wird blühen und grünen und sie werden den ganzen Erdkreis mit Früchten erfüllen. Gott, sie zeigt hier, was er eigentlich vorhat mit seiner Gemeinde, dass sie stabil ist und dass sie Früchte bringt, die schön sind. Hosea 14 präsentiert dasselbe Bild. Die Schönheit des Volkes Gottes, wenn es mit Gott verbunden ist. Solltet mal Hosea 14 lesen, das Kapitel ist wirklich sehr, sehr schön beschrieben. Und Gottes Wunsch ist, dass die ganze Erde erfüllt es mit der Herrlichkeit Gottes, dass die ganze Erde sieht anhand der Früchte des Volkes Gottes, wie Gott wirklich ist. Vers 7. Hat er es auch geschlagen, wie er die schlug, welche ihm Schläge versetzten? Oder wurde es hingemordet, wie seine Mörder ermordet worden sind? Gott stellt hier eine rhetorische Frage. Er hat das Volk Israel nicht so stark gerichtet, wie die Nationen, die er zum Gericht bestellt hat. Mit anderen Worten, Assyrer werden viel heftiger gerichtet als die Israeliten selbst. Mit Maßen, durch Verbannung, hast du es gestraft. Er hat es durch seinen heftigen Sturm fortgetrieben am Tag des Ostwindes. Die Strafe für Judah war nicht völlige Auslöschung, wie später für die Assyrer. Nein, es war nur das Exil in Babylon in Maßen gestraft. Vers 9. Darum wird Jakobs Schuld dadurch gesühnt. Und das wird die volle Frucht der Hinwegnahme seiner Sünde sein, dass er alle Altarsteine gleich zerschlagenen Kalksteinen macht und keine Assyrer-Standbilder und Sonnensäulen mehr aufrichtet. Die Erlösung von der Sünde bedeutet auch eine radikale Abwehr, Abkehr von der Sünde, von dem Götzendienst, Erweckung und Reformation. Zur Zeit von Josia haben zumindest temporär genau das bewirkt. Das Wegbrechen aller Götzenbilder, auch wenn wir in unserem Leben erleben, dass Gott uns die Sünde vergibt, sollten wir alles, was mit Götzendienst in welcher Form auch immer zu tun hat, aus unserem Leben entfernen. Vers 10. Denn die feste Stadt ist einsam geworden, eine verworfene und verlassene Wohnung, wie die Steppel, Kälber weiden und lagern sich dort und fressen ihre Büsche ab. Die feste Stadt ist hier wohl wahrscheinlich wieder Jerusalem, das aufgrund seiner Sünden verwüstet worden ist, dann so wie auch schon frühere Prophezeiungen von Jesaja das vorhergesagt haben. Vers 11. Wenn deren Zweige verdorren, werden sie abgebrochen. Frauen kommen und zünden sie an. Denn es ist ein unverständliches Volk, darum erbarmt sich der nicht über sie, welcher sie gemacht hat und der sie gebildet hat, wird sie nicht begnadigen. Solange das Volk unverständlich ist, und wir haben ja in Jesaja 1 schon diese Idee gehabt, dass das Volk unverständlich ist, dass in Hosea 4, dass sie umkommen aus Mangel an Erkenntnis, kann Gott sie nicht begnadigen, weil sie keine Wurzeln schlagen. Bei den Unverständigen, so sagt es Matthäus 13, Vers 19, wird das Wort Gottes vom Satan wieder weggenommen werden. Und wir wissen aus der Bibel, dass Gott Menschen, die er geschaffen hat, nicht vergeben konnte, zum Beispiel vor der Sintflut, weil sie seine Botschaft abgelehnt haben. Und genau das ist dann auch passiert mit dem Volk Gottes. In 2. Chronik 36 kann man das lesen. Und es wird geschehen an jedem Tag, dass der Herr ein Dreschen veranstalten wird von den Fluten des Euphratstromes an bis zum Bach Ägyptens. Und ihr sollt gesammelt werden, ihr Kinder Israels, eins ums andere. Also hier haben wir eine Gerichtsbotschaft und eine Evangeliumsbotschaft ineinander verbunden. Dreschen ist ein Bild aus der Ernte und wir wissen, dass die Wiederkunft oft mit einer Ernte verglichen wird. Offenbar 14 in Matthäus 13 in Joel, dieser Gedanke kommt auch in Amos 9 vor, wo Gott das Volk Israel sichten lässt durch alle Heidenvölker. Und Achtung, nicht ein Körnlein wird verloren gehen. Also jeder echte Gläubige bleibt übrig. Gott hat versprochen, dass er sein Volk sammeln wird. Und in dieser Zeit, wo also das Volk Gottes gerichtet wird, wo ein Großteil auch verloren gehen wird, wird er alle übrigen sammeln von überall her aus Assyrien. Also vom Euphratstrom und aus Ägypten. Dieses Bild haben wir schon auch in Jesaja 11 und auch Jesaja 19 gesehen, dass Gottes letzte Sammlungsaktion international sein wird. Vers 13. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird das große Schofahorn geblasen werden. Da werden heimkommen die Verlorenen aus dem Land Assyrien und die Betriebenen aus dem Land Ägypten. Sie werden den Herrn anbeten, dem heiligen Berg in Jerusalem. Wir erinnern uns an Jesaja 2, die Vision von dem hocherhabenen Berg Zion, zu dem alle Völker hinzukommen werden. Hier sehen wir also, welches dieses Endzeitvolk ist, welches dieser Endzeitweinberg ist, den Gott behütet. Das sind alle diejenigen, die auf die Botschaft, die wie eine Posaune, wie ein Horn geblasen wird, diese Botschaft reagieren und als Verlorene zurückkehren zu Gott und dort Erlösung und Annahme und Veränderung und Reinigung finden und Teil seines Volkes werden. Das heißt, hier endet dieser große Abschnitt der apokalyptischen Vision von Jesaja von Kapitel 24 bis 27 und das endet mit diesem großen Aufruf sozusagen der Beschreibung der dreifachen Engelsbotschaft, wenn man so möchte, des Engels aus Offenbarung 18, Vers 1, die ganze Erde erfüllt mit seiner Herrlichkeit aus allen Nationen und Stämmen und Völkern von überall her, aus Syrien und aus Ägypten, werden sie kommen zu dem Berg des Heeren, dort wo das Gesetz Gottes ist, dort wo das Wort Gottes gepredigt wird. Und das ist ein Bild, das wir aus Offenbarung 14, Vers 1 kennen, dass dort auf dem Berg Zion die 144.000 stehen. Wir kennen das aus Daniel 11, wo der Berg Zion am Ende eine zentrale Rolle spielt. Hier sehen wir als Ende dieser apokalyptischen Vision, wie Jesaja sieht, wie Menschen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen auf die Botschaft, die prophetische Botschaft Gottes reagieren und zu ihm kommen und die Übrigen bilden. Mit Kapitel 28 beginnt wieder ein neuer, größerer Abschnitt, der sich jetzt wieder insbesondere auf Judah und auch auf das Nordreich Israel zur Zeit von Jesaja bezieht, obwohl natürlich viele Bezüge auch in unsere Zeit hineinreichen. Jesaja 28, Vers 1, wehe der stolzen Krone der trunkenen Ephraims, der welken Blume seines herrlichen Schmucks auf dem Gipfel über dem fetten Tal der vom Wein Überwältigten. Das ist ein Hinweis hier auf das Nordreich Israel. Ephraim ist das Nordreich und der Gipfel, das ist der Berg Samaria, der über einem fruchtbaren Tal gewesen ist. Auch hier ist wieder das Problem des Stolzes, das Schlüsselproblem und der Alkoholkonsum wird auch in Hosea und Amos gerade auch für das Nordreich recht eindrücklich beschrieben. Vers 2, siehe der Herr hat einen starken und gewaltigen Breit, das sind die Assyrer, in dem Fall Tiglath-Pileser und dann natürlich auch der Salmanasse der Fünfte, wie ein Hagelwetter, wie ein verderbenbringender Sturm, wie ein Wolkenbruch mit mächtiger Wasserflut, er wirft sie zu Boden mit Macht. Auch schon in Jesaja 7 haben wir gesehen, dass die Assyrer-Invasion mit einer Naturkatastrophe verglichen worden ist. Mit Füßen wird zertreten, die stolze Krone der trunkenen Ephraims, das Königreich Israel im Norden, würde verloren gehen. Vers 4, und der welken Blume seines herrlichen Schmucks auf dem Gipfel über dem fetten Tal wird es ergehen wie eine Frühfeige vor der Obsternte. Wer sie erblickt, der verschlingt sie, sobald er sie in der Hand hält. Die normalen Feigen waren erst im August reif, aber die Frühfeigen waren schon im Juni, sodass jeder sofort diese Frühfeigen schon essen wollte. Das ist die Idee sozusagen. Die Assyrer werden nicht lange zögern, um Samaria einzunehmen. Und für den, der zu Gericht sitzt, Verzeihung, Vers 5, an jenem Tag wird der Herr, der Herrscher, für den Überrest seines Volkes eine herrliche Krone und ein prächtiger Kranz sein. Und für den, der zu Gericht sitzt, ein Geistesrecht und eine Stärke, denen, die den Angriff vom Tor abwehren. Auch im Nordreich wird es Übrige geben und für die wird Gott da sein. Er wird ihr König sein. Er wird den Richtern dann den heiligen Geist geben für gute Entscheidungen. Das heißt also, dass das Nordreich zwar verloren gehen wird, aber Gott sehr genau weiß, wer die Übrigen sind, für die er sich selbst, um die er sich selbst kümmern wird. Vers 7. Aber auch diese. Und jetzt schwenkt Jesaja von dem Nordreich Israel auf das Südreich, in dem er selbst ist, das den Schwerpunkt seines Wirkensbildes. Aber auch diese taumeln vom Wein und schwanken vom Rauschstrang. Das Südreich ist gar nicht besser, als das Nordreich, das verloren gehen wird. Priester und Prophet sind vom Rauschstrang berauscht, vom Wein benebelt. Sie taumeln vom Rauschstrang. Sie sehen nicht mehr klar, urteilen sich. Alkohol war für Priester verboten. Auch Micha berichtet, wie Propheten beim Wein weiß sagen, die geistliche Leitung des Volkes ist nicht zuverlässig. Sie können keine klaren Urteile mehr fällen. Ja, alle Tische sind besudelt mit erbrochenem Unkot bis auf dem letzten Platz. Also es ist sehr eindrücklich, diese Exzesse, die dort stattfinden. Und jetzt stellt Gott eine Frage angesichts dieser dramatischen Ereignisse. Wem soll er Erkenntnis beibringen? Wem die Botschaft erläutern? Wenn dann die Propheten betrunken sind, wenn die Priester sich vor Alkoholkonsum erbrechen auf die Tische, wem soll er dann die Botschaft, die prophetische Wahrheit weitergeben. Und dann heißt es hier, und im Hebräischen steht hier keine Frage, obwohl das in der Schlacht als Frage formuliert ist, denen, die von der Milch entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind. Mit anderen Worten, den Kleinkindern. Es sind die Kleinkinder, die die Botschaft sogar verstehen können. Das wird jetzt in dem nächsten Satz sehr deutlich, weil sie sagen, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. Die meisten Übersetzungen geben einfach das Hebräische wieder. Zavla Zav, Zavla Zav, Kavla Kav, Kavla Kav. Und denken, dass hier irgendwie so ein Lallen gemeint ist, aber das ist nicht der Fall. Zav kann als Imperativpiel der Wurzel von Zavar befehlen oder anordnen oder gebieten analysiert werden. Und das hat auch die Vulgata so übersetzt. Also es geht eigentlich um ein Anvertrauen, Vertraue an, Vertraue an, was hier in dieser Vorschrift versucht wird wiederzugeben. Und das Wort Kav ist ein ganz normales hebräisches Wort für eine Messschnur, also für einen Maßstab. Man könnte also wörtlich übersetzen, Vertraue an, Vertraue an, Vertraue an, Maßstab auf Maßstab, Maßstab auf Maßstab. Die Idee ist hier also, dass sozusagen in einer Kindersprache, in einer einfach zu merkenden Sprache, so wie man mit einem Dreijährigen oder Vierjährigen sprechen würde, wesentliche Ideen der Botschaft Gottes weitergegeben werden können. Vers 11, so wird er auch zu diesem Volk durch eine durchstammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden. Die Assyrer würden kommen und die sprechen einen arkadischen Dialekt, nämlich Assyrisch, den die Israeliten nicht verstehen würden. Und die Babylonier dann auch und das würde sich, damit würde sich erfüllen, was Gott in 5. Mose 28 vorhergesagt hatte. Vers 12, er der zu ihnen gesagt hatte, das ist die Ruhe, erquickt den Müden und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. Gott hatte mit simplen Worten die Erlösung erklärt, angeboten, aber sie haben es abgelehnt. Interessanterweise geht Jesus auf denselben Zusammenhang ein in Matthäus 11, Vers 28, wo er die Ruhe anbietet, die Erquickung. Interessanterweise hat er auch direkt davor, wie hier, deutlich gemacht, dass Gott die Wahrheit nicht den Weisen dieser Welt und den Schriftgelehrten, sondern den Unmündigen, den Kindern sozusagen offenbart hat. Mit gewisser Weise kann man sagen, dass Jesaja 28 die Grundlage bildet für die Aussagen von Jesus in Matthäus 11, Abvers 25. Vers 13, und so soll auch ihnen das Wort des Herrn werden, also Zafla Zaf, Zafla Zaf, Kafla Kaf, Kafla Kaf, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. Allein deswegen ist es schon deutlich, dass es sich hierbei nicht um irgendwelches betrunkenes Lallen handelt, weil es ist Gottes Wort. Gott spricht zu ihnen, er spricht in einer ganz einfachen, simplen Sprache und darüber stolpern sie, damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. Und diese Formulierung hier am Ende von Vers 13 ist fast ein direktes Zitat aus Jesaja 8, Vers 15, wo auch ein Teil des Volkes über den Stein des Anstoßes, über den kommenden Messias fällt und stolpert, weil sie nicht annehmen wollen, dass die Wahrheit eben den kleinen Kindern, den einfachen Menschen deutlich gepredigt werden wird. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, die ihr über dieses Volk herrscht, das in Jerusalem ist. Eine ganz ähnliche Anrede wie in Jesaja 1, Vers 10. Weil ihr sprecht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überschwemmende Flut daherkommt, das bezieht sich auf die Prophezeiung aus Jesaja 8, dass die Assyrer wie eine Flut kommen werden, wird sie nicht zu uns gelangen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen. Das ist also hier eine sehr spöttische Reaktion, die sagen, naja, also wenn die Assyrer kommen, wir haben einen Vertrag mit dem Tod gemacht. Das wird uns schon nicht treffen. Vers 16. Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Dieser Vers bezieht sich eindeutig auf Jesus Christus. Im Neuen Testament wird es mehrfach gesagt, es ist ein Stein der Bewährung. Entweder man stolpert über ihn und fällt dann, wie wir es gerade auch in Vers 13 gesehen haben, oder man glaubt an ihn und dann erweist er sich als das Fundament, als der feste Stein, auf den wir bauen können. Jesus ist entweder für uns der Anker für unsere Seele, ein festes Fundament oder ein Stolperstein, über den wir geistlich stolpern, weil wir nicht ihm glauben und deswegen dann auch verloren gehen werden. Vers 17. Und ich will das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Der Hagel wird eure Lügen zu Flucht wegreißen und die Wasser sollen euer Versteck wegschwemmen. Die angreifenden Assyrer werden so dramatisch angreifen, dass alle Pläne der jüdischen Oberschicht und der Führer zugrunde gehen werden. Vers 18. Und euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt. Euer Vertrag mit dem Totenreich hat keinen Bestand. Wenn die überschwemmende Flut daherfährt, so werdet ihr von ihr zermalmt werden. Alle Menschenüberlegungen werden zunichte sein. Die Assyrer werden alles zermalmen. So oft sie daherfährt, wird sie euch erfassen. Sie wird jeden Morgen daherkommen, bei Tag und bei Nacht und es wird schon lauter Schrecken sein, die Botschaft zu hören. Schon der Bericht von den Ereignissen wird schreckend erregend sein. Vers 20. Denn das Bett wird so kurz sein, dass man sich nicht darauf ausstrecken kann und die Decke so schmal, dass man sich nicht in sie einwinkeln kann. Ein Bild für eine äußerst unangenehme Lage. Denn der Herr wird aufstehen wie auf dem Berg Perazin. Das bezieht sich auf einen großen Sieg, den David errungen hat über die Philister. Als er damals diesen Sieg errungen hat, hat er davon gesprochen, dass Gott seine Feinde besiegt hat wie ein Dammbruch, der vom Wasser durchgebrochen ist. Und das bezieht sich auf die Situation hier, auf die assyrische Invasion, die wie so ein Wasserstrahl kommt. Denn der Herr wird aufstehen wie auf dem Berg Perazin und wird beben vor Zorn wie im Tal von Gibeon. Das war zur Zeit von Joshua, als die Sonne still stand, weil Gott die Feinde unbedingt vernichten wollte. Damals hat er für Israel gekämpft. Jetzt würde er gegen Judah kämpfen. Um sein Werk, ja sein fremdartiges Werk auszuführen und seine Arbeit, ja seine unerhörte Arbeit zu vollbringen, dass Gott gegen sein eigenes Volk kämpfen muss, ist unerhört. Das ist fremdartig. Dass Gott überhaupt Gericht hält, ist eine fremdartige Sache. Das ist nicht sein Wunsch. Er hat kein Gefallen am Tod der Gottlosen. Dass Gott Gericht hält und Menschen deswegen sterben, ist etwas, was ihm selbst eigentlich zuwiderst. Aber er muss es tun, weil es gerecht ist. Aber er würde sich etwas ganz anderes wünschen, weswegen er eigentlich Frieden angeboten hat. Und nun treibt keinen Sport, dass eure Fesseln nicht fester gemacht werden. Denn ich habe von dem Herrscher, dem Herrn der Herrscher gehört, dass Verzilgung und Strafgericht über das ganze Land beschlossen ist. Die prophetische Botschaft war klar. Jede Ablehnung würde die Sünde noch schwerer machen, damit die Strafe auch noch dramatischer. Horcht auf und hört meine Stimme. Gebt Acht und hört meine Rede. Ein eindringlicher Aufruf an das Volk Gottes, an die Leitung des Volkes, endlich auf die prophetische Botschaft zu hören. Auch wir sollten uns heute aufgerufen fühlen, auch insbesondere, wenn wir Verantwortung haben im Volk Gottes, egal auf einer lokalen oder der weltweiten Ebene oder wo auch immer dazwischen, dass wir auf die prophetische Stimme Gottes hören, sein Wort, seine Botschaft annehmen. Pflügt der Ackersmann den ganzen Tag, um zu sehen, zieht er Furchen und eckt er auf seinem Acker den ganzen Tag. Das ist eine rhetorische Frage, wie wir jetzt sehen werden. Ist nicht so. Wenn er ihn geebnet hat, so streut er Dill aus und sät Kümmel, wirft Weizen rein und Gerste auf das abgesteckte Feld und spielt an seinen Rand. Jesaja verwendet das Bild von einem Bauer, der nicht die gesamte Zeit nur auf eine einzelne Tätigkeit verwendet, sondern der verschiedene differenzierte Anbaumethoden hat, jeweils für das jeweilige Saatgut angepasst. Und dieses Vorgehen lehrte ihn sein Gott, er unterwies ihn. Die Ackerbaumethode kommt von Gott. Er ist der eigentliche Lehrer auch im Ackerbau, wir haben einige interessante Zitate auch dazu. Heißt es weiter, dass er den Dill nicht mit dem Dreschwagen drischt und das Wagenrad nicht über den Kümmel führt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeklopft und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn etwa zermalmt? Nein, er drischt es nicht unaufhörlich aus, selbst wenn er seinen Wagenrad und seine Pferde darüber jagt, so zermalmt er es nicht. Das ist sehr interessant. Bei der Ernte gibt es offensichtlich verschiedene Maßnahmen. Für Dill und Kümmel muss man gar nicht erst so einen Dreschwagen nehmen. Es reichen leichte Maßnahmen, ein Stock und ein Stab. Für andere, den Weizen zum Beispiel, braucht man schwerere Maßnahmen, ein schwereres Gerät sozusagen. Aber auch dann ist das Ziel nie, das Korn zu zermalmen, sondern nur Spreu von Weizen zu trennen. Damit wird erklärt, dass Gott verschiedene Maßnahmen anwendet, je nachdem, wo sich Menschen gerade befinden und dass auch seine schärfsten Gerichte nie dazu da sind, die wahren Gläubigen zu vernichten. Wie schon gesagt, kein echtes Weizenkorn geht verloren nach Amos 9, Vers 9. Gott hat ja das Volk Israel, ein zerdroschenes Volk in Jesaja 21 genannt. Übrigens geht auch Johannes der Täufer dann dazu über, diese Aufgabe hier dem Messias zuzuweisen, der das tun wird, was hier beschrieben wird in Matthäus 3, Vers 12. Wehe dir, Ariel. Ariel, du Stadt, wo David lagerte, zählt noch ein Jahr. Zu diesem hinzu, die Feste mögen ihren Kreislauf vollenden. Wieder ein Weherruf, wie schon in 28, Vers 1. Ariel ist wörtlich der Brandherd Gottes. Früher hat man es auch mit der Löwe Gottes übersetzt. Ist ein Bezug wohl zum Opferdienst des Heiligtums. Insgesamt gibt es zehn Stellen in der Bibel, wo Gott zweimal ruft. Abram, Abram, Jakob, Jakob, Mose, Mose, Samuel, 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 Ariel, Ariel. Ein Bezug also auf die Stadt Jerusalem. Das ist die Stadt, wo David lagerte. Marta, Marta, Jerusalem, Jerusalem. Nochmal in Matthäus 23. Simon, Simon, Eli, Eli und Saul, Saul. Wenn ihr euch dafür interessiert, haben wir eine Serie vor vielen Jahren mal aufgenommen, hier auf Juel Media. Wenn Gott zweimal ruft, dann will ich Ariel bedrängen, dass Traurigkeit und Klage entstehen und er wird mir zum rechten Gottesaltar werden. Die Israeliten haben zwar noch Feste gefeiert. Wir haben ja schon Jesaja 1 gesehen. Sie haben immer wieder Opfer gebracht, aber waren mit ihrem Herzen nicht dabei und Gott kündigt jetzt hier wiederum die Invasion an der Assyrer. In die assyrische Belagerung wird wie der Opferdienst eine besondere Illustration des Werkes Gottes der Erlösung sein. Denn ich will dich ringsum belagern und dich mit einem Belagerungswahl einschließen und Bollwerke gegen dich aufrichten. Wird sehr präzise beschrieben, wie die Assyrer belagern würden. Dann wirst du erniedrigt von der Erde aus reden und aus dem Staub werden deine Worte gedämpft ertönen. Deine Stimme wird dir eines toten Geistes aus der Erde kommen und deine Rede aus dem Staub herausflüstern. Der schwere Stolz Judas wird gedemütigt werden. Dieses Prinzip haben wir auch schon öfter gesehen. Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein und wie zerstiebende Spreu die Menge der Tyrannen. Und das plötzlich in einem Augenblick. Die Feinde, die Assyrer, werden dann unerwartet zugrunde gehen. Spreu ist ja ein Bild für die Gottlosen nach Psalm 1, Vers 4 und auch Daniel 2, Vers 35. Vom Herrn der Herrscher wirst du heimgesucht werden mit Donner und Erdbeben und mit großem Krachen, Sturmwirt und Ungewitter und mit verzehrenden Feuerflammen. Ähnliche Beschreibung der Invasion wie in Jesaja 28, Vers 2. Und wie ein Traum, wie ein Nachtgesicht, wird die Menge aller Völker sein, die gegen Ariel, also gegen Jerusalem, zu Felde ziehen. Und alle, die gegen ihn und seine Festung Krieg führen und ihn bedrängen. Warum wird es wie ein Traum sein? Es wird erstmal ziemlich irreal sein, denn die Armee wird unglaublich groß sein. Aber dann steht Folgendes. Und es wird geschehen, wie der Hungrige träumt, er esse. Und wenn er erwacht, ist sein Verlangen ungestillt. Oder wie der Durste geträumt, er trinke. Und wenn er erwacht, so ist er matt und seine Seele lächzt. So wird es der Menge der Heidenvölker ergehen, die Krieg führen gegen den Berg Zion. Sie werden glauben, dass sie ihr Ziel erreicht haben und werden plötzlich enttäuscht sein. Und wir werden in den späteren Kapiteln sehen, was da genau passiert ist. Stutzt und erstaunt. Stutzt und staunt. Lasst euch verblenden und erblindet. Sie sind trunken, aber nicht vom Wein. Sie schwanken, aber nicht vom Rauschstand. Hier geht es jetzt wieder in einem neuen Gedankengang um die Führer Judas mit Gedanken, die wir schon aus dem Kapitel vorher kennen. Denn der Herr hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen und er hat eure Augen, die Propheten verschlossen, eure Häupter, die sehr verhüllt. Das Volk schläft geistlich. Gott hat das natürlich nicht gewollt, aber zugelassen. Die Propheten erfüllen ihre Aufgabe nicht. Und interessanterweise wird dieser Vers immer wieder auch später im Neuen Testament angewandt auf das Volk Israel dann in späterer Zeit. Im Prinzip haben wir eine Erfüllung dessen, was Gott dem Jesaja schon in Jesaja 6 vorhergesagt hat. Darum ist alle Offenbarung für euch geworden, wie die Worte eines versiegelten Buches. Wenn man dieses einem gibt, der lesen kann und zu ihm sagt, lies das, so antwortet er. Ich kann es nicht, weil es versiegelt ist. Die wahre inspirierte Prophetie wird als versiegeltes Buch bezeichnet. Und das sehen wir heute auch, wenn die sogenannten theologischen Gelehrten sagen, man könne Daniel und Offenbarung nicht verstehen. Das sehen wir heute in vielen Kirchen. Der Grund, warum das Buch Daniel lange Zeit versiegelt war, ist letztendlich nicht, weil Gott nicht wollte, dass es verstanden wird, sondern weil Menschen so geistlich geschlafen haben. Wir brauchen eine lebendige Beziehung zu Jesus, sonst können wir die Geheimnisse Gottes nicht verstehen. Und wahre Erkenntnis kommt immer von Gott. Wir müssen also mit ihm verbunden sein, wirklich von Herzen. Nur dann können wir die Prophetie verstehen. Vers 12. Wenn man aber das Buch einem gibt, der nicht lesen kann und zu ihm sagt, lies das, so spricht er, ich kann nicht lesen. Es gab Ungebilde, die konnten nicht einmal lesen. Die waren abhängig von den Gebildeten, die ihn vorlesen würden, die es erklären würden. Aber weil die so besoffen waren, vom Rausch trank, symbolisch, weil sie mit falschen Lehren so infiltriert waren, konnten sie den einfachen Menschen auch nicht die Wahrheit darlegen. Weiter spricht er her, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebote. Seit dem ersten Kapitel wissen wir, dass die Israeliten dieser Zeit Gott Opfer brachten, dass sie am Sabbat zum Gottesdienst gingen und im Namen Gottes geschworen haben. Aber sie haben in ihrem Herzen Gottes Gebote nicht beachtet. Sie haben in ihrem Herzen nicht an Gott gedacht. Sie haben nicht auf ihn vertraut. Sie hatten keinen Frieden im Herzen. Alles, was sie taten, auch wenn es zum Teil die richtigen Feste und die richtigen Opfer waren, der richtige Tag, war nur Tradition. Jesus hat später dieses Prinzip ganz deutlich auf die Pharisäer angewandt. Und auch wir müssen uns fragen, ob wir die Wahrheit praktizieren, weil wir Jesus persönlich kennen oder nur, weil es uns als Tradition, als die Wahrheit weitergegeben worden ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist wichtig, dass wir die Wahrheit, die wir, wenn wir vielleicht auch in dieser Gemeinde aufgewachsen sind, dass wir sie selbst studieren, dass wir sie selbst kennenlernen, dass wir vor allem Jesus, unseren Erlöser, als unseren persönlichen Freund kennenlernen. Siehe, so will auch ich künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen. Und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Gott wird mit seinem Volk so handeln, dass die Weisheit der Experten ad absurdum geführt wird. Es ist eine Idee, die wir auch später im Neuen Testament immer wieder finden, dass die menschliche Weisheit das Werk Gottes nicht erklären kann. Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke im Finstern geschehen, die sprechen, wer sieht uns und wer kennt uns? Noch ein Wehruf. Das ist die Einstellung der Gottlosen, die denken, Gott sieht mich nicht, er weiß nicht, was ich tue, aber das ist eine sehr absurde Forschung, denn Gott weiß alles, er sieht alles, er sieht, was in der Finsternis ist und wird es zu seiner Zeit offenbaren. Und hier sehen wir, was Jesus in Johannes 3, Vers 19 sagt, dass Menschen, die das Böse lieben und tun, nicht zum Licht kommen, weil sie nicht wollen, dass ihre Werke von dem Licht offenbart werden. Vers 16, oh eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleich geachtet werden oder das Werk von seinem Meister sagen, er hat mich nicht gemacht? Oder soll das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen, er versteht es nicht? Die Israeliten hatten angefangen, Gott irgendwie so zu sehen wie einen Menschen. Menschen wissen nicht alle Dinge und so haben sie gedacht, vielleicht weiß Gott auch nicht alle Dinge. Aber Gott ist ganz anders, er ist unser Schöpfer. Sie haben vergessen, was es bedeutet, dass Gott ihr Schöpfer ist und deswegen erinnert Gott uns auch an der Drachweil-Engels-Botschaft, dass er unser Schöpfer ist und dass er alles von uns weiß. Vers 17, geht es doch nur noch eine kleine Weile, so wird der Libanon in einen Baumgarten verwandelt und der Kamel für einen Wald gehalten werden. Das ist ein interessantes Wortspiel hier eigentlich, denn das Wort Baumgarten ist das Wort Kamel. Der Libanon war ein wilder Wald, aber Kamel bedeutet eigentlich so einen Obstgarten, einen Fruchtgarten, also Bäume, die so kultiviert sind und gepflanzt sind für den menschlichen, täglichen Gebrauch sozusagen. Und der Libanon, der ein wilder Wald ist, wird so in einen Baumgarten, in einen Garten voller Obstbäume und der Kamel wird dann für einen Wald gehalten werden. Also die Idee ist sozusagen, dass die Dinge sich ändern werden, wie man sie bisher so gesehen hat. Vers 18, an jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und die Augen der Blinden werden aus Dunkeln und Finsternis heraussehen. Die, die bisher eigentlich noch gar nicht die Botschaft verstehen konnten und die einfach ungebildet beeinträchtigt waren, die werden Gottes Wort verstehen. Damit wird jetzt erklärt, was mit diesem Bild mit Libanon und Kamel gemeint ist. Ja, die Unkultivierten werden plötzlich die Kultivierten sein und die Kultivierten, die Unkultivierten, weil die wahre Fähigkeit, die Wahrheit zu verstehen, natürlich von Gott kommt. Und die Elenden werden wieder Freude am Herrn haben und die Armen unter den Menschen werden frohlocken über den heiligen Israels. Die einfachen Menschen werden Gottes Botschaft verstehen und sich an ihm freuen, denn der Tyrann hat ein Ende und der Spötter verschwindet und alle sollen ausgerottet werden, die auf Unrecht, lauern, die einen Menschen auf bloße Anklage hin schuldig sprechen und demjenigen Schlingen legen, der im Tor recht spricht und den Gerechten aus nichtigen Gründen verdrängen. Wir haben diese Missstände ja schon in früheren Kapiteln bei Jesaja gesehen. Darum, so spricht der Herr zum Haus Jakobs. Er, der Abram erlöst hat, nun soll Jakob nicht mehr zu Schannen werden und nun soll sein Angesicht nicht mehr erbleichen. Erneut eine Botschaft der Hoffnung, der Erlösung. Gott hat Abram erlöst, er wird auch das Volk erlösen können. Denn wenn er, wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in ihrer Mitte sehen, so werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Wenn Gott sein Werk tut, gemeint ist dieses Werk der Wiederherstellung, der Reinigung durch das Gericht, was ja schon mehrfach in Jesaja 10 und Jesaja 1 und Jesaja 4 aufgegriffen worden ist. Wenn man sieht, wie Gott den Gerechten von dem Ungerechten trennt, wie er das Volk sichtet und die Übrigen wieder zu Ehren bringt, dann wird man sehen, Gott ist mitten unter uns. Sie werden den Gott Jakobs heiligen und Gott fürchten das zentrale Element des ewigen Evangeliums. Und die, welche in ihrem Geist irren, werden Einsicht bekommen und die Murrenden werden Belehrung annehmen. Was für eine schöne Verheißung, auch wenn wir persönlich mit Undankbarkeit und Unzufriedenheit zu kämpfen haben. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Manchmal hat man so viel zu tun oder man hat schlechte Gedanken, man ist unzufrieden. Gott verspricht, dass wenn wir uns an ihn wenden, dass wir Einsicht bekommen dürfen, dass wir Belehrung annehmen dürfen, dass wir nicht mehr zu Schanden werden, weil er für uns da ist. Noch ein Wehruf in Kapitel 30 Vers 1. Wehe den widerspenstigen Kindern. Sprich daher, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen und Bündnis abschließen ohne meinen Geist und so Sünde auf Sünde häufen. Die widerspenstigen Kinder. Das ist diese Idee, die wir immer wieder im Buch Jesaja finden. Das Volk Israel rebelliert gegen Gott und sie fügen immer noch mehr Sünden hinzu. Sie verstocken sich und häufen sich damit Zorn auf für das Endgericht, so wie Römer 2 Vers 5 sagt. Die sich aufmachen, um nach Ägypten zu ziehen. Aber mich fragen sie nicht um Rat, um sich unter dem Schutz des Pharao zu flüchten und Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Wir hatten gesehen, dass sie dieser Zeit die Kushiter aus dem Süden Assyrien wieder vereint haben unter der sogenannten 25. Dynastie. Nicht nur die Judäer, sondern auch die Philister haben ja gehofft, dadurch eine Unterstützung zu bekommen gegen die Assyrer. Sie hatten also die Lektion nicht gelernt. Ahas hatte ja auf die Assyrer gehofft als Hilfe gegen die Aramäer und musste dann feststellen, dass die Assyrer ihn selbst bedrängen. Diese Lektion, dass man auf menschliche Hilfe nicht vertrauen kann, hatte man wiederum nicht gelernt. Man wollte Schatten von Ägypten, also die Idee ist sozusagen, dass Ägypten so groß ist, dass man sich bei ihnen bergen kann. Vers 3, aber der Schutz des Pharao wird euch zur Schande werden und die Zuflucht unter dem Schatten Ägyptens zur Schmach. Es wird sich als nutzlos erweisen, denn ihre Fürsten, das sind die Fürsten von Judah, sind in Zoan gewesen, das kennen wir schon aus einem frühen Kapitel, das ist die Stadt Tarnes und ihre Boten bis nach Harnes gekommen. Und Harnes ist ziemlich weit im Landesinneren von Ägypten gewesen, aber ziemlich weiter südlich dann schon. Das alte ägyptische Neninesso, das später Herakleopolis Magna genannt worden ist im südlichen Fayum. Aber sie müssen doch alle zu Schande werden, wegen eines Volkes, das ihnen nichts nützt, das ihnen weder Hilfe noch Vorteil bringt, sondern Schande und Sport. Wörtlich hat sich das erfüllt, als dann der Rapschakeh in Jesaja 36 spottet über die Allianz mit den Ägyptern, die ihnen nicht helfen können. Die Last über die Tiere des Südens, durch ein bedrängtes und geängstiges Land, woher die Löwin kommt und der Löwe, die Otter und der fliegende Drache, schleppen sie auf dem Rücken der Esel ihren Reichtum und auf dem Höcker der Kamele ihre Schätze zu einem Volk, das ihnen nichts nützt. Sie gehen denselben Weg, den sie Jahrhunderte vorher aus Ägypten herausgezogen sind, durch die Wüste. Dieses öde Land, obwohl Gott ausdrücklich verboten hatte, das Volk nicht wieder auf dem Weg nach Ägypten zurückzuführen, tun sie das und sie bringen jetzt dort viel Geld hin, um Hilfe zu bitten. Aber denn Ägypten ist nichtig und hilft gar nichts. Darum habe ich es genannt, das stillsitzende Ungetüm. Ungetüm ist hier das Wort Rahab und möglicherweise in gewisser Weise äquivalent zu Leviathan oder zumindest kann man das vergleichen. Ein gefährliches Ungetier, ein Dränger oder Stürmer wörtlich, ein Symbol für Ägypten. Immer mal wieder auch in der Bibel, gerade in Bezug auf den Exodus. Vers 8. Geh du nun hin und schreibe ihnen das auf eine Tafel und verzeichne es in ein Buch und es soll bleiben für einen zukünftigen Tag für immer bis in Ewigkeit. Die Botschaft des Jesaja sollte schriftlich fixiert werden. Deswegen haben wir sie auch heute noch. Nämlich, es ist ein widerschwänziges Volk, lügenhafte Söhne. Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen. Das ist etwas, was wir immer wieder gesehen haben. Sie haben das Wort Gottes abgelehnt und deswegen in der Rebellion sind sie verblieben. Die zu den Sehern sagen, ihr sollt nichts sehen und zu den Schauenden, schaut uns nicht das Richtige, sondern sagt uns angenehme Dinge und schaut uns Täuschung. Die prophetische Wahrheit war nicht willkommen. Wir haben im Sendermann, es gibt eine ganze Reihe von Propheten, die immer wieder abgelehnt worden sind. Man wollte lieber Dinge hören, wonach einem die Ohren juckten. Verlasst uns, verlasst den Weg, biegt ab von dem Pfad, lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Man wollte mit der Botschaft Gottes, mit der wahren Prophetie nichts zu tun haben. Wehe uns, wenn wir zu einem Punkt kommen, wo wir mit der prophetischen Botschaft Gottes nichts mehr zu tun haben wollen. Darum so spricht der Heilige Israels, weil er dieses Wort verwerft und euch auf Gewalttätigkeit und Verdrehung verlasst und euch darauf stützt. Sie verwerfen die Botschaft, aber verlassen sich auf gottlose Prinzipien. Darum wird euch diese Sünde sein wie ein Bruchstück, das herunterfallen wird, das heraustritt aus einer hohen Mauer, die plötzlich unversehens einstürzt. Die Strafe wird plötzlich unerwartet eintreffen. Übrigens sagt das die Bibel auch über diejenigen, die das Evangelium in der Endzeit ablehnen werden. Es wird sie plötzlich das Ende überraschen. 1. Thessalonicher 5, Vers 1 und 3 sagt, wie weh in einer Frau wird es sie plötzlich überfallen. Und er wird sie zerbrechen, wie man ein Töpfergeschirr zerbricht, das schonungslos in Stücke geschlagen wird, sodass man unter seinen Stücken nicht eine Scherbe findet, mit der man Glut vom Herd holen oder was aus einem Tümpel schöpfen könnte. Die Israeliten haben damals, und nicht nur die Israeliten, so Töpfergeschirr, wenn es zerbrochen war, die Scherben immer noch für andere Dinge benutzt. Aber hier würde die Zerstörung, das Gericht so vollständig sein, dass man keine weitere Verwendung mehr dafür haben könnte, für die Zerbrochenen. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden, eben still sein. Im Vertrauen lege eure Stärke ab, ihr habt nicht gewollt. Die Erlösung besteht darin, Gott zu vertrauen. Nicht auf eigene Werke, nicht auf menschliche Politik und menschliche Stärke zu schauen, sondern auf das, was Gott tun kann. Auf ihn vertrauen, ruhig sein, still sein, auf seine Rettung zu warten, auf ihn zu harren, still zu sein und zu sehen, wie Gott für uns kämpft. Die Bibel ist voll von Beispielen für diese Idee. Wer das annimmt, wird gerettet. Sondern ihr sagt, nein, wir wollen auf Rossen dahin fliegen, darum werdet ihr auch dahin fliehen. Wir wollen schnell davonreiten, darum werden eure Verfolger noch schneller sein. Alle menschlichen Methoden werden nichts nützen. Pferde galten damals als besonders wertvolle militärische Ausrüstung, aber die Feinde würden schneller sein. Tausend von euch werden fliehen vor dem Drohnen eines einzigen. Das ist eine Erfüllung von 5. Mose 32, Vers 30. Gott hatte das vorhergesagt, dass das passieren würde. Dabei hatte er das genaue Gegenteil geplant, wie Joshua 23, Vers 10 uns zeigt. Ja, wenn euch fünf bedrohen, so werdet ihr alle fliehen, bis euer Überrest geworden ist, wie ein Massbaum auf dem Gipfel eines Berges und wie ein Banner auf einem Hügel. Hier sehen wir wieder das Motiv der Übrigen. Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann und darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts wohl allen, die auf ihn haren. Gott wartet, dass sie ihre Meinung ändern. Er hofft, dass sie zu ihm kommen. Er hofft auch, dass du und ich zu ihm kommen, dass wir unsere Sünden bei ihm vergeben bekommen. Er ist von Herzen gnädigt und es gibt mehr Gnade als Sünde, sagt die Bibel. Interessant ist, dass er erhaben ist. Seine erhöhte Stellung dient nicht dazu, sich selbst einfach nur zu verherrlichen oder so. Nein, nein, seine erhöhte Stellung dient dazu, uns zu begnadigen. Die Bibel sagt, dass Jesus erhöht worden ist, um uns Buße und Vergebung zu schenken. Jesaja hatte gesagt in Jesaja 8, Vers 17, dass er auf den Herrn haren wird. Und Jesaja 25, Vers 9 hat gesagt, dass es Menschen gibt, die sagen wird, wir haben auf diesen Gott. Es ist, das ist der Gott, auf den wir gehofft und geharrt haben. Vers 19. Denn du folgst, dass in Zion wohnen wird. In Jerusalem, du sollst nicht mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen. Wenn du um Hilfe rufst, sobald es hört, antwortet er dir, lieber Freund, liebe Freundin, wenn wir zu Gott beten, finden wir sofort Erhöhung. Denn bitte um Vergebung der Sünden ist das, was Gott immer erhören wird. In der Not dürfen wir zu ihm rufen und er wird uns hören. Der Herr hat euch zwar Brot, der Drang soll zu essen und Wasser, der Trübsal zu trinken geben, aber dein Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Wir werden von Gott unterrichtet werden. Persönlich, wenn wir uns zu ihm wenden und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter der Herr so spricht, dies ist der Weg, den geht. Wenn ihr zur Rechten nur zur Linken abbiegen wollt. Wir werden immer wieder in der Gefahr stehen, einen falschen Weg einzuschlagen, entweder in die eine Richtung oder die andere Richtung. Aber Gott hat versprochen, dass wenn wir zu ihm beten, wenn wir uns zu ihm wenden, dass er uns persönlich zu uns spricht und uns zeigt, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Gott spricht zu mir, er möchte zu dir sprechen. Wenn wir uns zu ihm wenden, dann wird er uns den Weg führen. Und ihr werdet den Überzug eurer silbernen Götzen und die goldene Bekleidung eurer gegossenen Bilder entweihen. Du wirst sie wegwerfen wie etwas Unreines und zu ihnen sagen hinaus. Das ist das, was in Hosea 14 auch steht, dass Ephraim sagen wird, was soll ich noch mit den Götzen zu schaffen haben? Wer wirklich erlebt, dass Gott zu ihm redet und wer erlebt, dass Gott unser Leben führt, der will mit Götzendienst in welcher Form auch immer nichts mehr zu tun haben und auch nicht mehr mit seiner eigenen Meinung, die er vielleicht als Götze bisher gehabt hat. Gott wird uns das schenken und er wird Regen spenden für deine Saat, mit der du den Acker besähst, sodass das Brotgetreide, der Ertrag des Ackers saftig und nahrhaft wird. Dein Vieh wird zu jener Zeit auch weiter Aue weiden. Die Rinder und Esel, die das Feld bearbeiten, werden gesalzes Mengenfutter fressen, das mit der Wurfschaufel und mit der Gabel geworfen wird. Gott verheißt, dass er uns reichlich segnen wird, so wie in Hosea und Joel und in Zacharie und überall. Er schenkt den Regen ein Symbol auch für seinen Geist, damit die Frucht wachsen kann. Interessanterweise sollen hier die Tiere des Ackers das beste Futter bekommen, was also bedeutet, dass Überfluss sein wird und beste Qualität von allem. Auf allen hohen Bergen und auf allen erhabenen Hügeln wird es Bäche geben, Wasserstürme am Tag der großen Schlacht, wenn die Türme fallen werden. Eine interessante Beschreibung, vermutlich ist das hier auch wieder eine Metapher für die endzeitliche Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, ähnlich wie auch in Jesaja 25 Vers 2, wo es auch darum geht, dass die Befestigung der Bösen eingenommen wird. Und das Licht des Mondes wird dem Licht der Sonne gleichen. Das Licht der Sonne aber wird siebenmal stärker sein, noch viel mehr Licht, als wir es heute kennen, wie das Licht von sieben Tagen. An dem Tag, da der Herr den Bruch seines Volkes verbindet und ihm geschlagene Wunde heilen wird. Wenn Gott rettet, gibt es mehr Licht. Dann leuchtet das Licht auf. Und letztendlich wird es sich erfüllen auf der neuen Erde, wo es sehr viel heller sein wird, nach Offenbarung 21. Gott hat verbunden, Gott verbindet unsere geistlichen Wunden. Jesaja hat ja beschrieben, Jesaja 1,6, dass das Volk voller unverbundener Wunden war. Und Gott verwundet nur, um zu heilen. Wie ein Chirurg verwundet er uns manchmal, damit wir geheilt werden können und dann verbindet er uns wieder. Siehe, der Name des Herrn kommt von fern. Was für eine interessante Formulierung. Der Name des Herrn kommt. Sein Zorn brennt. Mächtiger Rauch steigt auf. Seine Lippen sind voll Grimm und seine Zunge wie ein verzehrendes Feuer. Gottes Name kämpft für sein Volk. Deswegen soll er auch auf unserer Stirn sein. Denn Gottes Name wird auch in unserem Denken die Sünde bekämpfen. Und sein Atem ist wie ein überschwemmender Wasserstrom, der bis an den Hals reicht. Dass er die Nichtigkeit der Heiden durch das Sieb erweise und an die Kinnbacken der Völker den irreführenden Zaum lege. Das wird sich erfüllen dann buchstäblich bei den Assyrern, wo es dann wörtlich heißen wird, dass er sie wieder zurückführen wird in ihr Land. Ihr aber werdet singen wie in der Nacht, da man sich für ein Fest heiligt. Und ihr werdet von Herzen fröhlich sein, wie die, welche unter Flötenspiel hinaufziehen, um auf den Berg des Herrn zu kommen, zu dem Fels Israels. Da wird Freude sein über den Sieg, über Gottes Sieg, über die Feinde. Wir wissen es aus 2. Mose 15. Die Israeliten haben sich gefreut, als die Ägypter starben. Aufmerksam 15, Vers 3 beschreibt das Siegeslied der Erlösten. Vers 30. Der Herr wird seine majestätische Stimme hören lassen und seine niederfahrenden Armen sehen lassen mit Sonnesbrausen und verzehrenden Feuerflammen, Wolkenbruch, Platzregen und Hagelsteinen. Eine dramatische Beschreibung des Gerichtes Gottes. Die Assyrer waren ja selbst erst einmal mit solchen Begriffen beschrieben worden, als sie Gericht an Israel sind. Aber jetzt wird Gott auch die Assyrer selbst richten. Denn das heißt, Vers 31. Da wird der Assyrer von der Stimme des Herrn zerschmettert werden, wenn er ihn mit der Rute schlägt. Und jeder Hieb, der für ihn bestimmten Stock ist, des für ihn bestimmten Stock ist, den der Herr auf ihn herabsausen lässt, wird unter Pauk und Hafenspiel erfolgen, wie wir in Vers 29 gelesen haben. Und in Kämpfen mit geschwungenen Armen wird er gegen ihn angehen. Hier haben wir eine direkte Verheißung der Niederlage Assyriens in der Invasion als Typus auf die Endzeit. Auch wenn die Feinde bis uns an den Hals gehen werden, die übrigen werden überleben, sie werden gerettet werden, weil Gott im richtigen Moment eingreifen wird und die Feinde Gottes, das endzeitliche Babylon, dann besiegen wird. Denn die Feuerstelle ist längst bereit. Auch für den König ist sie hergerichtet. Man hat ihnen ihren Scheiterhaufen tief und weit gemacht. Feuer und Holz ist genug vorhanden. Wie ein Schwefelstrom wird der Atem des Herrn ihn anzünden. Diese Feuerstelle ist wahrscheinlich abgeleitet von dem Tophet im Hinnomtal südlich, also im Tal von Jerusalem. Aber hier ist es eine Metapher für die Vernichtung aller Gottlosen durch das ewige Feuer nach den tausend Jahren in Offenbarung 20. Und damit bekommt auch diese Stelle wieder einen endzeitlichen Bezug. Lasst uns angesichts dieser ganzen Wahrheiten lernen, auf Gott zu vertrauen. Lasst uns ihm vertrauen, dass er uns ein festes Herz bewahrt. Wie es heißt, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, den Frieden, weil es auf dich vertraut. Lasst uns alle Zeit auf ihn vertrauen. Und er wird sich in den größten dramatischen Trübsalen der Endzeit als ein Fels der Ewigkeiten, als ein bewährter Fels, ein bewährter Eckstein erweisen. Lasst uns zu ihm beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dein Wort. Wir möchten dich bitten, dass wir es noch viel besser verstehen können. Und vor allem, dass wir lernen, dass durch Stille und Umkehr wir gerettet werden können. Dass wir auf dich vertrauen, in dir ruhen. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Damit verabschieden wir uns für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann kommen die nächsten fünf Kapitel, Kapitel 31 bis 35. Bis dahin wünschen wir euch Gottes reichen Segen und viel Freude im Studium seines Wortes. Amen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020